Hallo zusammen, ich bin Johanna, ich bin bei den Foodscouts für die Verpackungen zuständig. Die Verpackungen machen ca. 10% unserer CO2-Bilanz aus. Oft werden wir auf unser PP-Büchsle angesprochen. PP ist ein Kunststoff, der einfach recycelbar ist. Das machen wir zusammen mit INNO Recycling, unserem Partner im Thurgau. Kunststoff ermöglicht uns, unsere Menüs frisch zu halten und schützt sie beim Transport. Gemeinsam mit INNO Recycling arbeiten wir daran, dass auch andere Arten von Plastik recycelt werden können. Das werden wir relativ schnell umsetzen können. Langfristig ist unser Ziel, dass alle Verpackungen entweder recycelbar oder sogar wiederverwendbar sind. Das, solange die Qualität des Lebensmittels nicht beeinflusst wird und sie nicht schwer sind, also der CO2-Ausstoss vom Transport gering gehalten wird. Also bleibt dran!